Okay, auf geht's! Ja, nee, darf ich doch nicht! Komm los, meinem Hund geht's schlecht! Ja, ist nicht erlaubt, Junge! Und genau das ist der Punkt. Der Rettungsdienst darf den verletzten Hund überhaupt gar nicht mitnehmen. Das ist ein Teil der Vorbereitung, worüber ich mir Gedanken machen muss. Und wenn du mehr darüber wissen willst, nimmst du an unserem K9 Bleeding Control Kurs Online Workshop teil. Das ist ein Teil der Vorbereitung.